Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Heute mal ein Kurz-Review in Form eines YouTube-Shorts-Videos und zwar von Kobi aus der Historical Collection, die 2252 mit 90 Teilen, die Pack. Hier seht ihr schon den Karton, nichts besonderes, es ist ein kleiner Karton. Auf der Rückseite sehen wir hier die Infotafel und auch die Maße. Ansonsten kleine Anleitung, kleine Plakette mit dabei und die Minifigur. Das ist eine der größeren Figuren, also mit den aufsteckbaren Füßen, hat aber sonst keine bedeutsamen Bedruckungen. Hier dann die Pack, die ist ca. 18 cm lang, 5 cm hoch und 13 cm breit. Die Hauptfunktion könnt ihr hier sehen und zwar lässt sich die Pack dann. Das Rohr kann man hier auch noch ein bisschen hoch und runter verstellen, ist aber nicht der Rede wert. Teilt gerne mit, wie ihr die Pack findet und ciao! bis zum nächsten Mal.